Hallo und herzlich willkommen beim Condit HQ. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über Heat. Und um das festzustellen, habe ich mir die UAD wie immer ganz in Ruhe angeschaut, bewusst auf Bild und Ton geachtet und möchte euch jetzt sagen, ob sich diese UAD für Heimkino lohnt. Heat, einer der größten Actionfilme unserer Zeit. Wegweisend, großes Shootout, tolle Charaktere auf guter wie auf böser Seite, ambivalent, macht immer noch Spaß. Und das gilt auch für mich. 27 Jahre nach der Veröffentlichung begeistert mich dieser Film immer noch. Also ich habe ihn tatsächlich, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn das allererste Mal gesehen habe, seitdem aber drei, vier Mal inzwischen. Und jetzt war ich natürlich super gespannt, wie ich denke hier alle auch auf diese UAD. und habe schon im Vorjahr ein viel, viel, viel Schlechtes gelesen. Wie viel da dran ist, versuche ich euch hinterher zu sagen oder zumindest euch meinen Eindruck davon wiederzugeben. So, aber zuerst nochmal zum Film. Das Ganze mit Al Pacino, De Niro, Val Kilmer, Natalie Porten in einer ganz kleinen Rolle, Danny Trecho läuft auch mal wieder über die Leinwand, Tom Sizemore. Also da kommt viel zusammen und es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also mir zumindest. Ich finde diese ganze Geschichte wirklich toll angelegt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt mit dem zweiten Buch, was ja jetzt erschienen ist. Aber jetzt soll ja auch noch ein zweiter Film erscheinen, irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich damit einen Gefallen tut, weil ihr wisst, wenn der erste Film so lange her ist und so einen Legendenstatus hat und dann kommt ein zweiter, wie toll ist das dann. Es hat jetzt mit Top Gun geklappt, allerdings finde ich den ersten Top Gun jetzt ehrlich gesagt gar nicht so großartig. Dementsprechend kommt man da von einer anderen Basis weg, wo ja Maverick jetzt sehr, sehr, sehr gut war, auch meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, ob man das bei Heat auch erfüllen kann. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Jetzt aber erst einmal zu ORD. Ein paar Eckdaten. Der Film wurde Regie geführt von Michael Mann. Er hat eine Laufzeit von 171 Minuten und ist erschienen im Jahre 1995. Ja, insgesamt habe ich euch schon einiges gesagt. Gerade die Schauspieler begeistern mich hier. Wir haben diese wunderbare Kaffee-Sequenz. Wir haben ein grandioses Shootout, was die Lautsprecher wegbläst. Hinterher noch diesen Showdown zwischen den beiden. Also ja, wirklich ein spannender Film, der toll aufgezogen ist und von seinen großartigen Charakteren lebt und für mich immer noch super spannend ist. Damit kommen wir aber auch schon zum Bild. Die ORD ist basiert auf einer nativen 4K. Wir haben, also es scheint so zu sein, 2017 gab es schon mal ein neues Master und darauf basierend haben wir eine neue Blu-Ray. Diese neue Blu-Ray von 2017 liegt jetzt auf diesem Set bei und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass diese ORD auch davon stammt. Ob es jetzt nochmal eine neue ist? Aber so oder so, wir haben ein natives 4K-Bild. So, und eins noch weg. Das große, große Manko, was alle sehen, ist dieses sehr viel dunklere Bild als auf der Blu-Ray. Und ich war gespannt, wie penibel ich da vorgehen muss, um es überhaupt zu sehen, aber es ist doch sehr eindeutig. Ich weiß nicht, ob es einem auffällt, wenn man es nicht weiß. Ihr wisst es jetzt alle, dementsprechend, ja. Aber es ist schon so, dass gerade in dunklen Sequenzen, wenn man die vorher einmal auf der helleren Blu-Ray gesehen hat und danach die ORD einmal einwirft, das geht einige Prozent gerade runter. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich darauf konzentrieren muss, sondern es fällt einem direkt auf. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass dadurch jetzt alles verschwimmt. Es ist nicht so, dass man nicht mehr irgendwas erkennt, wie wir das jetzt bei Everywhere, Everything, All at Once hatten. Das ist teilweise mit dem Gesicht, dass die Haare nur noch ein großer, schwarzer Bob sind und auf der Blu-Ray ist alles schön erkennbar. So ist es hier nicht. Es ist einfach nur deutlich dunkler als auf der Blu-Ray. Okay. Gleichzeitig haben wir aber auch gute Kontraste. Ich finde das Bild insgesamt ruhiger. Ich hatte gerade bei Gesichtern, die fand ich auf der Blu-Ray schon immer ein bisschen grell und nicht so scharf, wie sie sein könnten. Das finde ich hier auf der ORD deutlich besser. Und ja, das ganze Bild, wie es sich insgesamt darstellt, gefällt mir insgesamt besser. Aber es ist schon wirklich sehr viel dunkler. Und das ist da echt... Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte. Ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe, wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine Entscheidung des Regisseurs, um zu sagen, okay, wir wollen das ganze Flair nochmal ein bisschen transportieren. Aber ehrlich gesagt, es hat doch die letzten 27 Jahre auch prima so funktioniert. Warum muss man den Film jetzt nochmal halb so dunkel machen, wie er vorher war? Von daher ist das für mich eher ein Problem. Davon ab sieht diese Scheibe aber wirklich gut aus. Ja, das vorweg schon mal als kleines Fazit. Beim Ton tut sich überhaupt nichts. Wir haben im Englischen eine DTS HD Master MA und im Deutschen eine DTS. Die kennt ihr schon von der Blu-Ray. Genau so. Da tut sich für mich hier im Vergleich nichts. Die englische Spur ist großartig. Wir haben so viel Surround-Aktivität. Wir haben gerade beim Shootout das Feuer hat aus allen Rohren und hat da so viel Wucht und Dynamik. Aber das halt auch aus allen Surround-Leutsprechern. Und das ist wirklich, wirklich cool. Also wenn ihr, meiner Meinung nach, wenn ihr da mal richtig auffahren wollt, ist das der Film. Und da lässt sich das wirklich, kommt aus allen Ecken, wie es halt im Raum, wie das dargestellt wird. Das ist wirklich toll. Ja, wie gesagt, dynamisch, Surround-Aktivität, mega. Die deutsche Spur dagegen ist auch sehr, 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 sehr gut. Gut, die Verständlichkeit auch bei den Stimmen ist ähnlich gut gegeben wie bei der englischen Spur. Für mich ist es nur ein bisschen greller. Gerade bei den Schüssen, die ja in den 90ern sowieso noch so ein bisschen mehr dargestellt wurden. Da wird es ein bisschen schrill für mich teilweise. Das ist einfach bei der englischen ein bisschen satter, ein bisschen wuchtiger und dadurch für mich ein bisschen runder. Aber insgesamt macht ihr auch hier mit der englischen, mit der deutschen Absch... Ab, 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 bei der deutschen Ausgabe, keine Fehler. Abmischung, wollte ich sagen. So, jetzt, da sind wir. Von daher, aber das kennt ihr alle schon von der Blu-Ray. So, damit kommen wir zum Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir ein natives 4K-Bild, was durch Rack 2020, also den erweiterten Farbraum, gute intensive Farben hat. Sie sind insgesamt ein bisschen leuchtender. Sie sehen nicht anders aus als auf der Blu-Ray, aber sie sind insgesamt ein bisschen kräftiger. So finde ich zumindest. Ansonsten fand ich den Film angenehm scharf. Das Filmkorn sah toll aus. Beim Ton haben wir im deutschen und im englischen jeweils sehr kräftige Tonspuren, die im englischen einfach für mich nochmal ein bisschen satter, dynamischer und noch mehr surroundiger unterwegs sind und mir da sehr viel Spaß machen. Brunos Material ist eher in deutschen und gehört eigentlich zur Contra-Seite, denn wir haben nur einen Audio-Kommentar auf der Blu-Ray und auf der UAD. Da gab es schon mal deutlich mehr. Das hat man hier komplett weggespart und das finde ich sehr schade. Auf der Contra-Seite, im Bild, der Film ist einfach so dunkel. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht jedem so geht, aber die Entscheidung, einen Film so viel dunkler zu machen. Ich verstehe durch HDR und so weiter, das ist ja häufig so, dass das, ne, das ist ins... Ach, kommen wir gleich zu. Der Film ist deutlich dunkler. Beim Ton habe ich wenig zu nörgeln, großartige Tonspur, gerade für einen 27 Jahre alten Film. Blu-Ray-UAD-Vergleich. Wie gesagt, ihr habt ein etwas feineres, natives 4K-Bild. Wenn ihr auf großer Leinwand schaut, wird das mit Sicherheit irgendwann auch deutlich. Ansonsten ist das Bild aber wirklich sehr viel dunkler. Wir haben im Deutschen und im Englischen die gleichen Tonspuren, die für mich auf der UAD nicht besser durchkommen als auf der Blu-Ray. Von daher tut es mir sehr leid, aber auch durch das fehlende Bonus-Material, würde ich sagen, bleibt bei der Blu-Ray. Okay, die wird es inzwischen zu einem guten Kurs geben, auch in irgendwelchen Editionen, wo dann mit Sicherheit ein Zwei-Disc-Set dabei ist. Und ja, das ist, also das lohnt den Preis jetzt nicht für mich. Dieses kleinere Upgrade im Bild, was gleichzeitig aber auch wieder eine Einschränkung hat. Also selbst wenn euch das mit dem dunkleren Wert nicht so stört wie mich, tut sich auf der anderen Seite nicht so viel, dass man sagt, ach ja, komm, die Blu-Ray-Kriefe 4, aber gut, die UAD 25 Euro, kein Problem. Ja, von daher schade, aber ist wie es ist. Mein Fazit ist also, Heat gehört für mich immer noch zu einem der besten Actionfilme überhaupt. Eben, weil es nicht nur Non-Stop-Action ist, sondern das sind die Bilden-Highlights in diesem Film. Davon ab haben wir tolle Charaktere, super Charakterentwicklungen, die nachvollziehbar sind, denen man gerne folgt, die Spaß machen. Also jetzt nicht wegen dieser Charakterentwicklung, aber es macht Spaß dabei zuzuschauen. Wir haben mit De Niro und Al Pacino einfach zwei Größen des Kinos, wo es einfach Spaß macht, die zusammen auf der Leinwand agieren zu sehen. Die UAD-Umsetzung ist für mich sehr, sehr, sehr schade. Ich verstehe nicht ganz, warum man einen Film so viel dunkler macht, obwohl man einfach die Option gehabt hätte, ihn durch HDR halt sowieso schon etwas abzudunkeln und dann trotzdem diese Grundhelligkeit beizubehalten, die ja auf der Blu-Ray einfach gegeben ist. So, ja, verlieren wir da doch sehr viel, was ich sehr schade finde. Trotzdem, soundtechnisch ist das Ganze immer noch eine Wucht. Und, ja, wie gesagt, bleibt bei der Blu-Ray. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne. Gefällt mir da, da merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, ähm, entschuldigt. Kommentiert gerne. Lasst uns über Heat schreiben. Habt ihr die UAD schon gesehen? Ist ja noch relativ frisch. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag kam sie. Ja, irgendwelche anderen Actionfilme, die für euch in die gleiche Kategorie reingehen? Ich finde es schwierig. Seid ihr gespannt auf Heat 2? Gucken wir auch mal, ne? Danke für eure Zeit heute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche und ciao.